Wir sind in einem Flugzeug, zusammen mit dem Direktor, der am Knacken ist, aber wir machen einfach mal weiter, denn wir sind, glaube ich, auf dem Weg nach San Francisco, zum Everyday Superhero Contest. Aber der Wirbelsturm, Max. Der Wirbelsturm. Wowzer. Aber das finde ich wiederum ein bisschen schade, dass jetzt die ganzen Entscheidungen wieder nichtig gemacht werden. Das, äh, naja. Aber ich will Zeitungen lesen über das Dreckschwein. Das Anfang des Endes für Jefferson und die Prescotts. Two Moon Diner, höchst. Äh, da. Acting on a series of tips from David Madsen. Haha. Jetzt kriegt er auch noch seinen, seinen ganzen Ruhm, den er wollte. Ähm. Also, die haben anscheinend das, äh, den Darkroom gefunden. Und konnten alles beweisen, dass die, äh, unter Drogen gesetzt, gekidnappt und fotografiert wurden. Ähm. Sind zwar keine Anzeichen von, von sexual, also, äh, von, ja, sexuellen, äh, Antrieben oder so. Oder Aktionen, nennen wir es mal Aktionen. Äh. Äh, even Sean Prescott, the most powerful businessman in the area, is under investigation for his role as owner of the field. Also, Devil, anscheinend, ähm, ähm, äh, wird anscheinend weiter untersucht, weil, weil der das ganze ja finanziert hat. Äh, Continued on next page. Können wir aber nicht umblättern. Ne. Schade. So, jetzt trinkt mal erstmal, äh, dem Direktor sein Zeug weg. Oder wir gucken auf sein... Oh, ich habe nicht gesehen, Hotdogman in forever. Chloe und ich haben immer wirklich das Video-Game gespielt und ihn immer immer angeschaut. Bitte, was? Hotdogman? Warum guckt unser Direktor Hotdogman? Was ist denn hier los? Bitte? Jetzt erst recht, jetzt gucke ich erst recht aufs Handy. Haha. So. Steht hier beim Jefferson eigentlich was Neues. Nee. Also, wir haben nicht niedergeschrieben, was wir wirklich über den jetzt denken. Na schön. So. Wir können durchs Fenster gucken. Aber erstmal gucke ich doch mal hier, was für ein Flyer da ist. Ich muss sagen, ich liebe, dass ich ein Artistin kenne. Okay. Ja. Das fand ich heute auch total komisch. Ich zeichne ja in meiner Freizeit auch. Und, äh, heute... War das total komisch. Da hat sich dann so ne, so ne Gruppe Fremder um mich versammelt und hat, äh, zugeguckt, wie ich gezeichnet hab. Und haben gestaunt. Das, äh, normalerweise bin ich ja keiner, der wirklich so auf, auf, äh, Aufmerksamkeit gepult ist. Aber das war schon irgendwie cool. Aber wir müssen was wegen dem Wirbelsturm tun. Aber war schon cool, wenn sich da eine ganze Sammlung an Leuten sammelt. Turbulenzen! Guck mal, das ist Petterson. Der fliegt auch nach San Francisco. Wir hoffen, dass ihr euren Trip genutzt habt und wir vielen Dank für die Pazifik-West-Aire wählen. Komm, fliege mit uns, irgendwann. Ah, ich glaube nicht so. Ich hoffe, dass diese Airlines-Sitze größer werden, damit ich nicht mehr fliege. Pfff. Dann wäre er zu fett für die Sitze. Und deshalb muss er nicht mehr fliegen. Oder er muss zwei Sitze auf einmal belegen. Haben wir uns schon, äh, angeschnallt? Ich glaube nicht, oder? Doch. Okay. So, dann können wir ja eigentlich mit dem sprechen, aber erstmal gucken wir ihn, was wir sehen. Hat er bestimmt wieder ein bisschen viel gesoffen, oder? Wie kannst du sagen, zu schnarchen? Wie kannst du sagen, zu schnarchen? Ich verstehe es, Principal Wells. Oh nein. Max, du bist nicht nur mit dem Zeitraum, oder? Sehr zeitgeistig. Also sind wir so gesehen nach vorne gesprungen. Wir haben jetzt erstmal die Fahrt geskippt und sind direkt bei der Ausstellung. San Francisco ist so cool. Und seine Galerie ist groß. So ist das Buffet. Wenn ein Event skimpft auf die Fahne, dann wirst du es ein schlechtes Event. So lange, dass ich keine Kaviar zu essen muss. Das ist dein Tag, Max. Du kannst alles, was du willst. Ich hoffe, dass du dir die Stattung anwählst und mit so vielen influentierenden Menschen hier wie möglich bist. Natürlich. Aber erstmal wegen mir die ganzen Fotos. Ich fühle mich so weirrt. Ich bin ein kleines Kind, die mit den Adults hängen. Max, nach dieser Woche bist du sicherlich nicht ein kleines Kind. Richtig. In der Fall, du bist ein nicht wertvoller Adult, die von deinen Freunden erhöhnt worden ist. Jetzt musst du beginnen, wie der Fotograf, der du willst. Hell, ich wollte in charge of a big school some day. So habe ich angefangen, in charge of things, als ich jung war. Ask my poor classmates. Der war bestimmt der Streber in der Klasse. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me, whenever you want. Also jetzt grad fällt der Direktor sich cool. After everything, what's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Aber erstmal will ich, will ich Fotos gucken. Oder sind hier vielleicht auch gemalt, also gezeichnete Sachen. Alter. Alter. Soll das ein Hirsch sein? Oder vielleicht ein Reh? Life is strange, nicht weird. Mensch, Max, achte auf deinen Text. Nicht mein Stil, aber die Neon ist eine schöne Repräsentation. Oh, schade. Pretentieös. Sehr pretentiös. So, können wir mit dem Mann reden. Wir können mit dem Mann, wir können aber nicht mit der Frau reden. Das ist auch mal ein Statement. Du kennst mein, du hörst. Und wir würden lieben, dich in ein Stück über future Trendsetters in Fotografie. Ich zeige dir die Details diese Woche, wenn das okay ist. Herzlichen Glückwunsch für dein Stück. Äh, danke, aber, äh, dass ein Selfie so besonders ist, das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Hallo, Mann! Ach, mit dir will man nicht reden. Dann gucken wir mal auf die Liste. Da sind wir. Aha! Ich würde sagen, Artists instead. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwelche versteckten Namen finden. Vielleicht sind hier ja welche vom Entwicklerteam. Ich weiß zwar gar nicht, wie, wie, äh, die vom Entwicklerteam heißen, die einzelnen Leute. Aber vielleicht fällt uns ja irgendwas auf. Lisa Dodge. Ähm, Matt Klein. Ruth T. Powers. Steve Kindred. Nee, okay. Kam mir nichts drin bekannt vor. Schade. Was ist ein Hero? Wird Zeitgeist Galerie stolz, dass er ein Participant in den 2013 Everyday Heroes National Contest ist. Okay. Äh. Ja. Also wir haben wieder sehr viel Fähigkeit bewiesen, indem wir ein Selfie gemacht haben. Und sind deshalb halt... Oh. Erst mal in eine Liste gucken. Was ist das hier? Es ist großartig, dass alle diese Kommentare leiden. Selbst die übrigen. Also hier beschwert sich einer, dass die letzte Show aber besser war. Hör mal, was weißt du schon, David Foy? Oder Foyi? Äh, F... 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 Äh... Lisa Simpsons? Na, wenn das keine Anspielung ist auf die Simpsons. So, äh... Thomas Faber. Okay. Wer 15 Minutes are almost up, deren 15 Minuten Ruhm sind schon fast zu Ende. Das ist ja ganz schön, äh... Zynisch. Meine lieben Leute. Oh, Skulpturen. Das ist ja cool. Das ist mal so ein Museumsbesuch, den ich wirklich mag. Und das kommt echt nicht oft vor. Ein bisschen. Aber witzig. Nehmen wir einfach mit. Und dann drehen wir die Zeit zurück. Dann haben wir den einmal im Inventar. Und dann steht er hier. So einfach ist das. Wir können einen Diebstahl begehen. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. So. Natürlich hat der kleine Menschen entführt. Und die so postiert. Und dann in, äh... In Zement einbetoniert. In Zement einbetonieren. Ja, ja. Also, da sind echte Menschen drin. Die nur ein bisschen klein sind. Uh. Okay. Rentner. Mann. Ich gehe gerne ins Museum, um Bilder von Rentnern zu sehen. Und hier... Äh... Ach. Ich dachte, der unten wischt gerade Kotze weg. Aber ich glaube, der ist ein Archäologe, oder? Irgendwie sowas. Ähm... Obwohl, wenn jemand Kotze wegwischt, ist er auch irgendwie ein Everyday-Superhero. Nicht wahr? Ein Hund! Oh! Oh, wie cool. Und sehr viele Polizisten hier. Oh... Ein weinendes Kind. Das sehe ich gerne. Äh... Äh... Ne. Äh... Äh... Ach, vergiss es. Dann sprechen wir... Ach, jetzt haben wir die ganze Zeit hier gestanden und im... Im Weg von ihrem Blick. Bist du nicht von Blackwell Academy? Ich wollte da gehen, aber ich konnte nicht rein. Sie haben so ein cooles Programm. Ich hoffe, du lernst viel. Tja, bist halt nicht so talentiert wie wir. See you later! Oder auch nicht, du gehst ja nicht nach Blackwell. Wir müssen ja ein bisschen arrogant sein, denn wir sind ein wichtiger Künstler. Das war definitiv mit einer Medium-Format-Kamera, mit einer Leica 35mm-Lens. Du kannst definitiv die Details herausfinden. Die Geschichte eines Fotos, wenn du wirst, wie du alle Details des Bildes sehen kannst. Oh, das ist so interessant. Moment. Ah! Ne, ich will rennen. Bist du das? Bist du das auf dem Bild? Nein. Bist doch nicht wichtig. Okay. Vergiss es. Oh, ein Marathon. Ja, ja. Haha! Das ist natürlich scheiße, wenn man angibt, aber dann hinterher auf den Schnauz fällt und das total anderes erzählt, als es eigentlich ist. und es dann rauskommt. Ich verstehe nicht. Das ist eigentlich genauso wie bei mir, nur kommt es nicht oft raus. Aber wenn es rauskommt, dann einfach überspielen. So wie der es vorhin gemacht hat. Und wir wollen trinken. Champagne macht mich denken, dass ich und Chloe mit diesem Wein zerbrochen wird. Ja, nimm. Oh, und was ist hier? Gibt es auch kleine Mini-Hamburger? Äh, Hamburger? Nein. Was ist das denn? Ähm, sind das kleine Pizza-Teile? Nee. Natürlich nicht. Ich kenn mich überhaupt nicht aus mit diesen, diesen Museumssnacks. Ich weiß, es ist ziemlich einfach, aber ich finde es haupt. Genau? Die instanten Print sieht es zeitlos aus. Nostalgische Melancholie. Eine junge Frau. Ja, ja. Steht doch da! Du Dib! Dib, ich will mit dir reden. Sieht ziemlich mature. Warum auch immer. Ich kann erst von dir mit dir reden. Oh, hey, du bist derjenige, der das Self-Portrait hat. Oder eigentlich nimmst du es ein Selfie? Insofern, ich war sehr beeindruckt, wie du es subvertiert hast, um alle deine Fotosubjekte zu fokussieren. Oh, sehr smart. Jaha, denn wir sind nun mal clever. Oh, noch mehr Rentner. Yay. Sie sind überall. Und da ist Petterson. Der ist mit uns geflogen. Hallo. Und da... Oh. Das ist ja Flugception. Wir reden gerade vom Flug. Der Petterson war im Flug und wir gucken uns gerade ein Bild vom Flug... Und der schubst mich weg. Hör mal, du Arsch. Jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun. Ich wollte vielleicht mit dir reden, aber jetzt nicht mehr. Jetzt hast du es vergeigt. Kann ich mit dir reden? Nein. Oh. Das ist süß. Ein Hund, der mit dem Baby kuschelt. Das ist bestimmt fake. Alles gephotoshoppt. Wie können diese Gallerien hier rentieren? Hör mal. Ich stehe hier gerade. Warum läufst du durch mein Blickfeld? Das ist total arschig. So. Und die hier hat ein Bild von ihrer Lehrerin gemacht. Und natürlich findet das die Lehrerin total klasse. Und sagt, dieses Bild hat gewonnen. Ist ein bisschen, äh... Arrogant, nicht? Ein bisschen eitel. Oh. Ja, genau. Kranke Leute fotografieren. Das geht immer. Schreien und sagen nichts stupides. Ich sag die ganze Zeit bescheuerte Sachen. Aber ihr unternehmt ja nichts dagegen. Da, da spendet jemand. Und wir zum Helden. Das, das ist schön. Das könnt ihr euch auch als Beispiel nehmen. Immer, äh... Leuten... Ein bisschen Geld geben. Zum Beispiel mir. Ne, aber... Leute, die wirklich Hilfe brauchen. Auch Hilfe geben. Da findet man sich wirklich... Da fühlt man sich wie ein Held. Wie ein... Jeder-Tag-Held. Oder wie man das nennt. Okay. Mitten im Feuer-Einsatz. Ist doch bestimmt gefaked. Und da ist ein Grumpy Dog. Na aber hallo. Meins können sie auf jeden Fall haben. Macht 1000 Euro. Oh. Hier kommt wieder... Äh? Warum zoomt er rein? Will er uns damit sagen, das ist ein wichtiges Bild? Äh? Oder wir werden einfach... Geschubst. Sorry, ich weiß nicht deinen Namen. Aber ich sah deine Bildung in der Galerie-Broschur und, äh... Ich wollte dir einfach wissen, wie cool dein Entry war. Warum finden die alle mein Bild cool? Das... Die heucheln doch. Aber hallo, heucheln die. Ja. Boah. Meine Güte, wer hat denn dieses schöne Bild gemacht? Ich kann mich ja mal... als Kunst hier hinstellen. Nee. Ich kann nicht durch. Lasst mich durch. Ich will... eine Max-Seption. Every day hier. Dann stelle... Dann stelle ich mich halt hier hin. So. Wie ein Spiegel. Jetzt brauche ich... Boah! Leute! Das ist ja wirklich Kunst. Da ist... unser Rücken mit Bildern. Und hier... ist unser Rücken mit Bildern. Leute, ich bin ein Künstler. Macht ein Selfie von mir. Macht ein Selfie von mir? Das klingt so falsch. Egal. So. Und jetzt werde ich den ganzen Tag nur hier stehen bleiben und über mein Foto labern. Und angeben. Wie cool ich doch bin. Hi. Und da ist sie, um den Tag zu schützen. Hallo. Hi. Du hast es gemacht, Max. Du bist ein realer Artist. At least für heute. Für 15 Minuten. Oh nein. Der Sturm. Hey. Hey. Are you okay? We lost you there for a second. I'm okay. Jet lag. High altitude. Okay. Da sind sie wieder. Die Rentner. Oh come on. Please answer. Holy shit man. Deine Vision. It's true. You saw the tornado. Ach du Scheiße. What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe. Can you hear me? Hello? 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 Tja, ich hab's dir doch gesagt. Flieg nicht. Max. Nö. Der Tornado war real. Oh, ich hab's nicht verdammt. Chloe wird sterben. Arcadia Bay wird zerstört. Ja. Und wie Arcadia zerstört wird. Ja, ja. Erfahren wir aber, glaube ich, in der nächsten Folge. Es ist nämlich, glaube ich, wieder so weit. Deshalb, äh, bis dann.